Wenn der Brustbude kommt. Auf. Tschüsschöhn! Ne. Ich mein, basically... Kann man das skippen? Mhm, ne Escape. Basically... Wie ist es bei mir als Schwarz jetzt? Basically wird die richtig insane, wenn wir 5... ... oder 6 oder so... er zum Mittelpunkt werden und selbst von diesen Sachen punkten ja das ist echt mal der Klinik ankommen ist ich will nur zu uns Pornomagazin alles mit der Klinik für die gelaufen werden würde stoppen es gibt die Klinik für ein besonderes das ist das heute nicht baden gehen und wir haben einen reingelegt Badehose mit, auf einmal jagen den Geist Alter Ich verstehe gar nicht, um was es geht, hä? Was ist SZP? Stimmt, letztens hat Justin dazu Outlast gesagt Können wir die nicht einfach tot da liegen lassen? Das ist doch besser für alle Das ist das Beste für alle Beteiligten Oh, die Schmerzen Die K-Pop Nee, nicht, alles klar Nee, nee, nee Ah, K-Pop Fick Die drei der Wurst haben K-Pop angemacht Jetzt müssen wir stehen Oh, danke Justin Was sind alles gebunkert? Ja, Mann Wie fleißig ihr war? Ich hab ihn gezwungen, 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 alles was ich gefunden hab einfach runtergeklatscht Ich hab nur eine Ratsstyle, ich hab erstmal einen Giräume oder wie? Ja, hey, wir Hör ich euch wieder Nein, ich werd sterben Ich höre sie, глаза Stop, Justin Womble Böbel im Keller drin hier lag halt einer das erste Mal, dass wir gespielt haben, der hat niemand genommen und ich auch nicht Oh, die kommt! Oh Weg! Ich kann nicht weg! Ich hab geblendet, aber Ich auch, irgendwie über die Tanki gehören Hä, die Schlüssel spawnen anders Das können die Leute zum Rollstuhl nicht opfern Ja, echt so? So wie ein Relief Ja, da versuchen wir das auch immer und dann kommt immer die Polizei und sagt, was ist denn das? Nein, ne, ne, ne Es ist 3 Chnesen mit dem Kontrabass Warte, mal, ich geh kurz schneuzen, okay Das ne, nicht schützt mich Nein, schaff ich nicht, Justin börigne Sind die Sechten zu mir Oh mein Gott Das war's Und Ja Wow, ein Krabbeler Der Kabelini Alte ist immer wenn wohl eure Leute im Rollstuhl, die wollen jetztס Geld von mir Hannity Ich werde mich wieder weglaschen, ich spüre es schon. Ich verstecke mich, was man hier hat. Was gibt's? Nee. Als ob du den hochnehmen kannst. Der ist mächtig. Hallo? Okay, nee. Das ist... Nee, ich will es nicht. What the hell, Alter? Was? 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 Als ob du da einfach knallst. Da, kommt, kommt, kommt. Das sind Luft. Ich nicht, oh. Ich sterbe. Ich, ich, ich mach Kamera. Okay. Oh shit, ich wollte Kamera machen, wie sie Justin holte. Das holt sie mich. Nee, nee, die ist immer noch hinter... Nee, die ist interviert und Rollstuhl. Tod. Rollstuhl. Rollstuhl. Rollstuhl-Bubbles. Komm, das sind so lächerliche Gegner, Alter. Fand ich schon die Beste, die gekrabbelt haben vom Boot. Ja, ja. Rentner Gaming HD. Ja, ich würd die boxen, Alter. Oh! Yo! Ich bin in die reingelaufen. Rentner Gaming HD. Ja, da kam die... Oberbürgermeisterin, Junge. Ey, 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 ey. Ich war noch nicht in den... Oh, okay. Einmal head out. Oh, shit. Nice. Die läuft mir in den Arsch, Alter. Das sind... Ich hab'n Medikit. Das sind boindbanging. Nee. Ah, das ist klein. Nee, jetzt... Jetzt will ich liegen bleiben. Lebendiges. Elektrofiziert. Nee. Oh no. Ja, nice. Und jetzt? Jetzt schlippt einer. Ich bin weg, D. Äh, das ist ein Medikit nachgespawnt. Da ist ein Medikit nachgespawnt. Wo, das ist noch Medikit 3 nachgespawnt. Wut. Wiesi. Okay. Ja, ja. Der kann vorhelfen. Ich bin stolz. Ich bin stolz. Hilfe! Was denn? Er hat keine Beine. Ich zieh dich. Hä? Auf die... Geleuchtet? Die war hinter mir? Achso, ja, ja. Die hat mich gepackt. Die ist direkt vor hier. In dem... Saal... Da ja. Ja. Meins. Oh. Oh. Easy. Klasse mit jetzt. Alter, wunderbar. Da wenig viel tankt der. Oh oh. Oh oh. BTS hat neues Lied. Oh oh. Die nächste ist schon drauf. Tam Tam. Liga Sun. King Charm. Ich hab das Update des Jahrhunderts gemacht. Bin einfach übern Roller drüber gejumpt. Ich war einfach in diesem Treppenhaus gefangen. Einer war vor mir. Einer hinter mir. Kein Saft. Da bin ich über den rüber gejumpt. Mit einem Skateboard auf dem Kopf. Und da ist noch einer. Jezi. Einer kann man da auf den Tisch legen. Und der anderen drei. Oh. Das ist schon das Black. Ne Black ist doch noch. Ach so. Mach fast wüselt. Hä? Ich wurde erwischt aber ich hab's nicht gesehen. Ey das gefällt mir jetzt gar nicht Jungs. Kommst in die Krotte runter. Schleschen. Ach so in der Krotze. Ach das meinst ich mit Krotze. Ja. Krotze? Ich bin jetzt bei der Base. Ja bei der Base. Genau. Das ist die Krotte. Das ist die Krotte. Krotte. Oh sie kommt sie kommt. Oh. Hä? Ich will aber schauen was sie macht. Alter Justin. Hä? Sie ist da hingelaufen quasi vor die Tür und ist wieder umgekehrt. Ich glaub das kann gar nicht hier rein. Kann das sein? Die war aber... Warte ich mal hier unten? Ich weiß es gar nicht. Ja die ist umgekehrt als die Justin gesehen hat. Da hat das rote Bär sich einfach umgekehrt und hat... Also ich geh wieder an die Stelle wo... Oh das ist so... Offenlich für mich. Okay. Alter an die gleiche Stelle wo ich schon wieder geschlagen habe. Es ist so lächerlich. Genau. Und dann brauchen wir noch drei. Was passiert hier? Was passiert hier? Mein Ars schwitzt. Alter okay das Fenster das explodiert mit Tubuspeed. Ja das war's. Ich bin da. Das war's. Und wieder Rollerbubbleskommo. Oh okay verstecken. Ich geh zu der Krankenzimmer Rezeption. Let's go. Was der hat sich wieder gerückt? Ne. Die schnauft schon nicht. Mach nicht mehr. Soll ich jetzt beide Opfern schon? Die ist bei mir what the fuck. Die ist unten. Alter nee. Du. Aber die Ratte hab ich da gedroppt. Ich hab sie. Hast du sie? Ja. Ich hab mich daneben versteckt gerade. Ich glaub schon Opfer die einfach. Ja Opfer die beide jetzt. Zack zack und dann machen wir es. Oder halt eine Opfern. Weil du musst ja die andere nicht Opfern eigentlich. Oh ja Patrouille. Oh die läuft die läuft da unten nach unten. So Base. Oh. Das war's. Wo hast du weggelaufen? Weggelaufen. Easy. Wieder rein wieder rein wieder rein. Easy. Wieder weg wieder weg wieder weg. Oh Gott. Was passiert da? Was macht die? Legit vor diesem. Vor dieser. Tür wo es nach unten geht. Ist die zweimal umgekehrt. Ja ich. Ich glaub ich kann da nicht hin. Und dann schon. Die hat dich. Legit gerade nicht da unten gekillt. Ja genau. Und ich war daneben. Und vorhin hat sie mich auch da unten gesnackt. Als sie da weg waren. Alter die macht noch gut. Okay ich hab's. Nicht vor mir nur noch. Ne. Die ist dann. Oh mein Gott. Kurz verraten. Kurz verraten. Kurz verraten. Das ist. Und gibt es. Ich habe mir leitet. So die Opfer. Opfer. Na ja. Na ja. Eine halt. Und einer. Und einer. Das hat dir gar nicht gefallen. Ich bin. Die Grotte. Seit du noch links rein eigentlich. Die war noch nie so schnell. Instant in die Grotte. Sie ist hier. Ja. Sie hat mich. Hast du Medikit genommen Black? Okay. Ich hab mich beliebt. Weil jetzt brauchen wir auch wieder Medikit. Oh nein. Oh nein. Ja gar nicht. Das ist doch scheiße. Weil die Leute können wir nichts machen. Ich hab sie geblendet. Hast du gestunt. What? Hä? Also die hat geschrien und ist jetzt tot. Da kommt die da nicht. Doch nicht tot. Alter. Oh shit. Justin wir brauchen Medikit. Schlepp den weg. Halt ihn auf. Ich versuch aber die macht einfach Bodycheck. Sie ist ne Elfchamp. Sie ist. Ich sehs grad wie ihr hierhert. Das ist nicht gut. Ich hab ein Problem. Was ist das? Ich bin tot. Oh mein Gott. So ne Kacke. Nein Justin. Was ist das? Drei rotlos. Als ob hier keines ist. Fucking keines. Als ob da keines gespawnt. Ja. Nur Fucking Batterien. Bei mir ist ein Medikit. Wo ich grad bin. Okay. Wo ist sie? Oh sie ist bei dir. Ich hab keine Ahnung wo eine Ratte ist Alter. Lebt Justin. Ich hab keine Ahnung wo eine Ratte ist Alter. Ich hab kein Medikit. Lebt ihr bei Justins Medikit. Das müssen auch bei Medikit. Ja 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 komm mal. Wir sind beide ganz auf die. Oh nein. Lauf schnell 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 zu Medikit. Das wird mir noch gebraucht. Eine Ratte, please. Ey, jetzt öpfert sie sich selber. Alter, das ist jetzt schon so laut, dass Rotten hält. Game over. Gewonnen? Ja, manche mögen das. Mit Reichis hätten wir es geschafft. Ja. Reichi, hast du schon einen Devourer? Hä? Hast du schon einen Devourer? Ich hab... Ich hab... Und ich muss es noch installieren. Als ob die Hutten auch spawnen können. Ich hab das doch schon runtergeladen! Hä, ich hab die doch schon, man! Hä, wie, ich hab nur zwei Festplatten? Wie, nur zwei? Ich hab drei. Aber die dritte wird nicht angezeigt, da wo ich seinen Schein rotergeladen hab. Ich start noch mal PC neu. Okay, hab zwei, zwei in der Küche, zu Körbe, ein Teller ist weggeknockt an der Küche. Es sind die dann die ersten, die die überhalten, also oder vor die Küche. Das kennt ihr all, okay. Hä, warum ist mein Explorer so komisch, Justin? Was denn? Habe ich gendert. Hä, ich versteh's nicht. Ich versteh's. Okay, Sieger. Justin, komm mal ganz kurz, bitte. Warte, lass, 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 was für ein Horror geben. Was für ein Horror geben. Die Bauer. Alter, Jungs. Ich hab's dreimal gesagt, du Sackfalte, Alter. Ich hab's aber nicht. Sag's mir nicht, kommst du. Nee, mach Dead Island, dann spielen wir Dead Island. Uff, okay, dann am lieben. Komm, komm gleich wieder. Ich mein, das Problem ist halt, wenn irgendwas schief läuft, dann haben wir, ich weiß nicht, 8 von 10 oder 9 von 10 und dann geht der hier richtig ab, weißt du? Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wir müssen ja nicht, wir müssen ja nicht 5 auf einmal opfern. Nee. Ich mein, ja weiß nicht, die Praktik ist halt jetzt auch irgendwie so ein bisschen lame. Du bist lame, Alter, ich will das jetzt hier schaffen. Heads up. Ey, du sagst, dass ihr K-Pop gefällt. Nee, glaub ich nicht, tot. Was? Oh, 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 oh. Uff. Warte mal, hörst du die auch so laut? Ja. Das ist gut, dann haben wir jetzt so, sag rum. Pff, eine aufhört dich. Eine aufhört dich. Justin. Ich kann abwechseln. Ich kann abwechseln. Ich tritt ein. Ich hab sie. Geh weg, du stinkst, du Stück. Noch mal. Oh, sie hat roten Augen. Oh, Justin, die hat dich. Ey, warum hat sie roten Augen jetzt bekommen? Ist doch scheiße. Ja, wenn sie gestrunt ist, ist sie im Mund dann kurz, ja. Ja, ich seh euch, wie ihr dann lauft. Ja, ich seh euch, wie ihr dann lauft. Ja? Zwei Mönche hab ich zu laut, ey. Warte, die greift jetzt an. Blick! Ja. Das sind... Bleib ich! Ja, ich bin am Fullspeed krabbeln, ne? Alter. Also, muss ich irgendwas mitnehmen? Nee, wir gehen jetzt hoch zum Headmaster und im Teller. Gehen rein und... Wer ist flackert? Ich weiß ja. Ich weiß ja. Lass du! Schon wieder ist! Wollt ihr mich verarschen? Hahaha. Ich bin medikit. Jetzt kommt gleich, also sie ist aufm... Warte mal. Ich glaub, sie kommt rund. Oh. Ja, ja, ja. Sie ist am guten Weg runter, sag ich mal. Ja, ich komm jetzt einfach zu euch. Nee. Ja, komm. Genau, wo es jetzt ist. Wir müssen wieder überleben und dann... Äh, Hunt starten. Oh ja. Warte mal, die Tür hier ist zu, ich komm da gar nicht durchs Loch. Alter. Alter. Wieder umdrehen. Wuuuh. Okay. Lass uns verstecken einfach. Taschenlampe ausverstecken. Ja, ja, ja. Also, ich seh nicht, wo ich reingehen muss. Ja, ja, ja. So, Alter. Okay, sie ist im zweiten Stock und rennt hin und her. Komm runter, komm runter, du Sack, Alter. Wir müssen nicht überleben. Ja, ich versuch's, Alter. Krabbel du doch mal. Ja, bei mir, wie gehst du wieder hoch und runter. Ich wär schon fünfmal unten und gespielt. Ich dachte, du gehst wieder hoch und verfolgst sie. Nein. Ich mach das Ding wieder rein, dann. Dann geh mal hoch. Da kommt ein Roller. Lass uns jetzt verstecken, oder? Ja, genau. Wenn die einen Rügen macht, dann Headmaster. Ja, aber das, ich mach einfach Augen zu. Und wenn sie kommt, dreifach, äh, Ding. Dreifach Blending und dann opfert sich Justin wieder. Ja. Ich riech dir aber was? Das war das Ding. Ich riech... Ich riech... Okay, ja. Ja. Sie hat nicht gerochen, glaub ich. Schon wieder in dem Z-Stack, was hat sie da? Alter. Wie gesagt, ich traf mit mir runter. Ich bin ganz zinniere drin. Wie sagt er, wer offen gelassen? Ich war nicht hier. Ja, ich war tot die ganze Zeit. Wir sind die Teller weg. Die haben alle aufgegessen. Ja. Ah, jetzt. Okay, ich geh Teller holen von unten. Ich glaub, die Chase ist grad, gell? Den ist mir dran. Den geh ich ins Loch. Also, es sind noch drei hier drin. Wir haben jetzt sechs geopfert, oder? Ich ne... Ah ne, warte, warte, warte. Die anderen, die anderen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wollte den Teller aufheben. Jetzt hab ich den... Okay. Wir müssen halt den... Neue Teller holen. Surprise, motherfucker! Okay, brennt. What the fuck? Die hat mich schon mitgenommen. Ich... ich... ich geh schnell opfern. Beide, oder? Die... die geht... Oh, da im ersten Stock ist ne Ratte. Keine... Wir warten einfach, bis du runtergekoppelt bist. Ich bin jetzt bei Head... Head... Headmaster. Soll ich zur Grotte kommen? Ja. Okay. Zur Grotte? Ja. Dieser Mann hat sich eigentlich... Die kommt runter. Ich versteck mich. Die kommt wieder hoch. Die macht ne Route ran. Oh shit, ich seh's endlich. Hä? Ich hab Batterie und das beide will. Ich kann sowas dann übernehmen. What? Wie tanky? Tot. Oh. Ihr wischt schon wieder? Was hat die? Ich geh nach oben. Ja. Okay, gut, gut, gut. Oh shit. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Dann opfer ich gleich, weil die sehen wir jetzt. Ja. Zieht schnell. 8 von 10. Zwei Ratten. Jetzt verstecken, oder? Ich versteck mich. 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 Also bis jetzt ist alles clear. Irgendwie lange verstecken wir uns, bis das Ding aufhört? Bis es aufhört weh zu tun, ja. Bis die Schmerzen aufhören. Und wir warten. Und wir warten. Ja, aber jetzt müsste sie halt, also ne, wenn die wüsste, wo wir sind, müsste sie ja schon da sein, that's right? Deine Augen nicht. Aber wenn wir alle gleichzeitig rauslaufen, können die nur einen packen und dann holen die anderen zwei einen Teller, okay? Und instant zur Ratte, okay? Okay, jetzt durchrushen. Sword Team. Da, ihr habt nen Teller. Und dann gleich down. Ich hab nen Medikit. Ich hab nen Medikit. Ich... Ich hab's schon wieder... Ja, was... Hat sie? Wieso will sie mich so sehr? Ich hab nen Medikit, Justin. Äh, sie macht hier Elektro... Oben, oder? Äh, Saal. Saal. Und macht er den Kettler. Oh, lass... Lass ihn! Sie geht den Kettler. Oh mein Gott. Ich mach weg! Ich mach weg! Ich hab ihn weggemacht! Ich find die scheiß... Da ist sie! Ah! Der hat mich! Ich hab Medikit gehabt. Oh mein Gott. Was mach ich jetzt? Ah, jetzt hab ich die schon. Ich opfer die schnell. Justin krabbel. Oh nein! Oh, das war close, Alter. Die holt mich doch instant, oder? Wenn ich die jetzt opfer. Äh, ja, das wird knisswig, glaub ich. Ich mein, du kannst auch die Radze da fallen lassen. Auf nen Tisch, oder? Stimmt. Oh, stimmt. Ja, das war jetzt dumm. Das Medikit kommt... Kommt in den Keller. Ich komm, ich komm. Dann hol ich das Medikit und versuch Justin noch zu bedienen. Da kommt was. Okay, könnte sein, dass ich... Oh nein. Nice, nice, nice. Du Sackfalter, Alter. Lasst mich in Ruhe, ich bin geil, Junge. Oh mein Gott, Neodo, ich hab keine... Die geht hoch, die geht hoch. Die geht hoch, die geht hoch. Also im zarten Stock ist sie gerade. Naruto ran. Oh! Oh! Jetzt können sie wieder runter. Die ist zu schnell, die ist zu schnell. Okay, sie macht Naruto, sie geht in den Keller. Okay. Ne, sie kommt doch nicht, sie kommt zu dir. Oh mein Gott. Scheiße. Scheiße. Ich spawne so viele Roller. Okay, let's go. Okay, jetzt wird sie neutralisiert gerade. Easy. Hehehe. Oh shit. Ich hab sie gesehen. Ja, sie ist gerade runtergerannt. Das war so close. Haha. Du bist... Sonst bin ich hinter ihr. Ich grab sie gerade. Ja. Alter, am Fuß. Ist... schöner gewachsen. Ja. Ab, 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 ab. Ich halt auf den Blitzer, aber... ...dass die... ...dass Fenster. Warte. Komm, die war schon kaputt. Ab, 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 ab. Hä? Und jetzt? Was? Gewohn. Achso. Oh. Ich dachte, wir haben gewonnen. Ich dachte, wir haben gewonnen. Aber das bin ich. Alter, let's go. Yes. Ja, das war aber im anderen Ending aber auch, dass der Dämon dann gesagt hat, dass die eine eine olle neid mehr andockt dass der eine olle ihre seele jetzt verloren hat und dass der unsere geholt hat das hat der andere hot demon auch gesagt vielleicht sagt er was anderes wenn wir Albtraum schaffen das hat der andere